Als erstes Hotelgebäude in der Airport City baut der Hamburger Projektentwickler ECE ein Vier-Sterne-Hotel mit 320 Zimmern und umfangreichem Tagungsangebot. Ein Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 60 Jahren wurde zwischen der ECE und den Berliner Flughäfen geschlossen. Der Betreibervertrag mit Steigenberger läuft 25 Jahre. Das Hotel zeichnet sich aus durch kurze, schnelle Wege und angenehmes, bequemes Reisen sind Leitgedanken des neuen Airport BBI. Das Hotel ist zentral gelegen. Das Terminal des BBI ist in nur zwei Minuten fußläufig erreichbar und mit seinem umfangreichen Konferenzbereich wird das Hotel Anlaufpunkt und Tagungsort für Geschäftsleute und Businessreise weltweit. Das Airport Hotel Berlin-Brandenburg markiert den Beginn einer verstärkten Expansion der Steigenberger AG, die auch internationale Metropolen und Flughäfen im Fokus hat. Mit dem Airport Hotel in Frankfurt war man 1968 Pionier in Deutschland. Die Vernetzung des Verkehrsnotenpunkts BBI mit einem Hotel und einem Konferenzzentrum fördert den globalen Wissens- und Informationsaustausch. Das Vier-Sterne-Hotel der in Frankfurt ansässigen Steigenberger Hotels AG wird über 322 Zimmer, davon 27 Suiten verfügen. Mindestens 200 neue Arbeitsplätze werden alleine durch dieses Hotel geschaffen. Der Großteil dieser Mitarbeiter, ja gar der überwiegende Teil, wird neu rekrutiert hier am Standort. Um den kümmern wir uns spätestens ein Jahr vor Eröffnung, das heißt im Sommer 2011. Berlin ist für die Gruppe ein Einstieg. In konkreter Planung sind weitere Hotels in Dresden, München und Wien. Berlin ist für die Gruppe ein Einstieg. 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 Berlin ist für die Gruppe einstieg.